ach du lässt es sogar noch durchlaufen damit die ja da auch noch angreifen kann ja die wahrscheinlichkeit dass er jetzt drauf geht aber ich dafür noch ein mehr habe das nicht ist gering ja so nur grimm ist dran ich schubst den was willst du kno kno glaube ich ja gut schubst den kno zur seite und klettereien kannst du gar nicht damit kannst du nicht da steht ja okay ich will durchklettern sehe jemanden vor mir und denke so was ein arsch und bleib stehen ich weiß dass ich drücke mich nach hinten in sein gesicht so stark es geht so dass ich da rauskomme okay also du willst an ihm vorbei nein das kannst du nicht machen das ist jetzt ein kmb gegen kv richtig ist eigentlich jemandem aufgefallen dass das so ich habe nur kmb dass der ganze charakterbogen die auf deutsch inzwischen ist oder so halbwegs bei mir ist der komplette das war das letzte mal auch auf englisch was habt ihr gemacht aber nicht gelassen ist die definition von nichts das ist kein d wenn du die englische version hast sie bekommt er 10 die kompletten über die fans ja was hast du das definitiv weniger wie 21 ich habe nun kambi ja aber oben drüber gibt es noch kam cmd nur range und nachdem ich guck nach ich guck nach danke ok was für grundangriffsbonus hast du das für ein ghb wahrscheinlich 22 stärke modifikator stärke auch zwei gut geschicklichkeits modifikator geschicklichkeit auch zwei dann bist du bei 16 damit ist es drunter hey mach da nicht rum ich will ja kurz zeigen wo das ding steht ja was guck mal in deinem charakter bildschirm und nicht nichts bewegen schaufach zu was der nico macht mach ja nichts ich mach ja nichts er hat bei mir nicht rumgeklickt hier steht ja hier da 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 guck so hier gucken stream nach ne scheiße geht ja nicht also pass auf verteidigungswerte rüstung berührung auf falschem fuß erwischt kmv und cmd oder cmd ja keinem vorhin aber kann ich dich würfeln deshalb nein weil es ein fester wert ist ja ja ok du hast dich an ihm vorbeigedrückt ja ja ich drücke mit meinem arsch in sein gesicht drücke ich ihn rund auf dem boden ja also warte warte du willst ihn wirklich umschmeißen ich bin ich bin der zwerg ja aber er wenn er ich bin gerade ein bisschen also wenn er sein arsch in dein gesicht drücken möchte und dich damit wegdrücken willst du ihn wegdrücken oder willst den umschmeißen ich will wegdrücken du willst den wegdrücken gehört ich bin 160 der klettert wahrscheinlich über mich drin zwerg er ist auch ein zwerger auch ja ok macht jetzt einen tower aus zwergen also ich drücke zur seite nach hinten das heißt er rutsches nach hinten ein bisschen genau ich komme da raus also ja macht platz der ist noch was tun nein aber es ist die frage ich bin jetzt aus dem bereich raus von dem selbst als kleinesangriff theoretisch ja auch mal wer ist lustig wenn der kopf noch mal wiederholt nein der erste trifft nicht aber der zweite kriegt mit drei schaden ok ich lebe also du kriegst mit dem totschläger noch einen auf dem kopf so der letzte bewegt sich hierher und ja gottry du bist dran ich muss kurz ich sehe die inzwischen warte ich sehe einen ja gut hier auch mal ein geschossgeschoss oh ich sehe sogar alle drei hier auch mal wie soll ich noch kein stufenaufstieg brennende händler ist ein kegelgeschoss ja das wäre leise ok ok das stimmt auch gott so dann ist der nächste dran der bewegt sich ein halbmeter schritt hier nach vorne und schlägt da krim noch mal der brechstange auf der trifft mit zweimal kritisch einmal mit acht und einmal mit fünf minus 13 dann komme ich auf minus eins ich liege auf dem boden bewusstlos ja der nächste kann nichts machen nur grimm ist dran er liegt am boden ich bin jetzt einfach frei kann ich auf ihn drauf treten kannst du machen drüber steigen ja das kannst du machen über die eigenen kannst du das machen bei den anderen müsste man halt wegen akobatik aber sonst den form ja aber halt nur ein schaden von warte mal wir haben ja kritisch eigentlich kriegst du ja noch eine karte ich sagte ja er kriegt noch eine karte ist mir gerade so eingefallen wir haben doch die karten auja ich sag dann was was verliere ich ein arm wuchtwaffe diese spannung also ich muss ich habe doppelten schaden das ziel kann sich nicht bewegen ich werde doch keiner von dir hast du hast doch gar keinen das ist der apostel mit der brechstange genau würfel mal ein w4 ein was ein w4 ich dachte das wird nach der waffe entschieden je nachdem was für die waffe gebraucht wurde ja ja das ist eine wuchtwaffe und da kann es ziemlich gut sein dass du irgendwie attributs stehen geschicklichkeit oder stärke kriegst du bist jetzt vier runden taub oder das ja aber das mit dem stehen ist cool das was ich ausversehen ja weil das zeigt nämlich jetzt das zeigt jetzt das zeigt jetzt im stream an und deswegen lustig ja willst du zu behalten hier kannst du haben also du willst jetzt auf den draufstehen du hast eben schaden gemacht 4 ja so die krim ist ja bewusstlos und der andere kann nix machen muss ich kein reflex äh äh zähigkeitswort machen nicht so runter nicht so runter ok gut den machst du ja sehr sehr den machst du ja eigentlich alle 10 Minuten natürlich war es so godray ist dran ja ähm ich schrei zum dalgrin folge mir und renne über den tisch zurück du sagst dalgrin den bewusstlosen ah no grimm folge mir ah echt und ich ziehe mich zurück ich verstehe was du vorhast ähm ich werde versuchen ne erstmal wirst du gar nichts versuchen du bist du gar nicht dran aber ich weiß was du vorhast ach so ich stehe noch da nein du stehst noch hier ja ich stehe hier noch hier ja du stehst noch da weil du noch nicht dran bist genau ja ja passt das ist der der haut dich jetzt erstmal weil ich das so toll finde schön und zwar mit der brechstange toll du stehst aber nicht du stehst auf die brechstange kann das sein ja war es ich oder achso er so und der andere hat der einen totschläger trifft dich aber auch nicht so du bist dran ich versuche meinen Kollegen mitzuziehen na lass mich liegen wirklich ja also gut dann fliehe ich hinter diesen Tisch ok und schätzungsweise helfe ich Gottried dabei den wegzuschieben ja sobald ich dran bin ja den Tisch wegschieben ok wir schieben den Tisch nicht weg wir ziehen den Tisch zu uns es ist in Ordnung so der eine Apostel kann nichts machen dann ist wieder Gottried dran genau ich ziehe den Tisch vergiss nicht hochheben sonst ja dass er so steht oder halt beziehungsweise irgendwie das halt hier drüben wieder steht ok läuft perfekt so damit es wahrscheinlich mal eine Aktion verbraucht genau so der Apostel läuft hier raus tritt hier drauf jetzt muss ich kurz die Karte noch ein bisschen verschieben weil beziehungsweise vergrößern wenn wir jetzt Hilfe ein bisschen mehr haben so und der fliegt das mal da nach hinten das tut mir jetzt fast doch leid das tut mir fast leid das kommt ja von hinten oh verdammt jetzt bin ich ein bisschen irritiert Zukunft können wir alle Gegner da inlocken und die sterben dadurch das wäre gar nicht schlecht sogar Jackpot er hat sich komplett in den Teelein geschlagen das 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 Untertitelung des ZDF, 2020